Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Klage Mauer TV aus dem Studio Nürnberg. Heute berichten wir über einen Wissenschaftler, der aus den Geschichtsbüchern nahezu verbannt wurde. Es geht um Dr. Nikola Tesla, geboren am 10. Juli 1856. Nikola Tesla zählte einst zu den berühmtesten Menschen auf diesem Planeten. Er erfand unter anderem die Leuchtstoffröhre, das Radio, den Wechselstrom, Radar und laut Augenzeugen ebenso einen freien Energiegenerator, der Strom erzeugen kann ohne konventionelle Energiequellen. Heute ist Tesla aus unseren wissenschaftlichen Lehr- und Schulbüchern weitgehend verschwunden. Was hat er entdeckt, dass er so in Ungnade gefallen ist? Er hatte die Vision von einer Energiewende und wollte Strom kostenlos und ratlos zu den Kunden transportieren. Zu jener Zeit aber standen die Strommonopolisten kurz davor, im Geld zu schwimmen, weil sie in Kupferminen investiert hatten und wussten, dass eines Tages die Welt mit Kupferkabeln überzogen sein würde. Als Teslas Sponsor, der Bankier JP Morgan, der ebenfalls stark in Kupferminen investiert hatte, von den Plänen Teslas mit der drahtlosen Stromübertragung erfuhr, ließ er ihn kurzerhand fallen und strich ihm alle Sponsorengelder. Bis zu seinem Tod 1943 waren Teslas Labors niedergebrannt, seine großen Errungenschaften größtenteils beschlagnahmt und er selbst nahezu vergessen. Heute wird den Universitätsstudenten leider nur mehr der Eindruck vermittelt, dass Tesla die Teslaspule erfand und dass eine Maßeinheit nach ihm benannt wurde. Mehr nicht. Der allgemeinen Öffentlichkeit ist Teslas Name kaum bekannt. Könnte es vielleicht sein, dass die Verbannung Nikola Teslas aus den Geschichtsbüchern von jenen Finanzmogulen inszeniert wurde, die sich durch seine grandiosen Erfindungen bedroht sahen? Zu dieser Begebenheit möchte ich abschließend den großen Naturforscher und Förster Victor Schauberger zitieren, der einst sagte, Danke für Ihre Aufmerksamkeit und nun übergebe ich an das Studio Mainz. Danke. 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 Danke.